Falls ihr Bock habt, auch mal bei Streams dabei zu sein, geht in die Beschreibung, auf Twitch und lasst da gerne ein Follow da. Und falls ihr Bock habt auf coolen Pokémon-Content, dann schaut gerne mal auf meinem Hauptkanal Pokebazi vorbei. Das Leben ist kacke, Guys. Das Leben ist kacke. So, dann kämen wir mal Adamant. Leben da, Mama Jolly. Den haben wir schon gemacht und den da, wenn ich den mit Kormain und Leftovers spiele, mache ich den wahrscheinlich eher Modest. Übertreib, Bruder. Dankeschön, Schafax, für elf verschenkte Abos und vielen Dank, oder viel Spaß, eher gesagt, Reaper, Crane, Level, Blake, Nuddle, Skylani, Feuerfaust, Wolfie, Dino, Horst, Tobias und Robraf. Viel Spaß mit dem besten, äh, wie heißt's, äh, Sub. Ich bin voll durch, okay? Ich bin gerade einfach innerlich tot. Ich bin gerade gestorben. Aber viel Spaß mit dem besten Lurky-Mode auf ganz Twitch. Halleluja, da wollen wir aber immer das Ziel voll machen. Da soll ich jetzt schon Disrespect vor seinem 200 anmachen, oder? Äh, boah. Was habe ich verpasst? Äh, alles ist gestorben. Es ist alles einfach gestorben. Alles ging drauf. Und das ist den Sound, den kriegen wir jetzt noch ein bisschen mehr. Alles insofern, was geht ab? Das Ding brauchen wir nicht. Punishment brauchen wir nicht. Wir machen jetzt auf 61, Hammerarm, nee, brauchen wir nicht. Besondersensor nehmen wir mal mit. Antikraft auch, ne? Das kostet. Hälfte Struct. Gardsblut brauchen wir nicht. Existiere ich eigentlich noch? Wer warst denn du? Ich weiß nicht mal, wer du gerade warst, wenn ich ehrlich bin. Earth Power. Sandstorm brauchen wir nicht. Explosion, ja, definitiv. Sky Uppercut ist schon cool, ne? Und Nuri, Dankeschön nochmal für 500. Was ist denn heute denn los? Wir haben ja nicht mal so krass viele Zuschauer, aber ihr eskaliert ja komplett. Halleluja, Alter. Aber nochmal wirklich vielen lieben Dank, Mann. Sky Uppercut. Nee, ist halt cool, aber nee. Ich mag Himmelhieb, aber... SD. Nee. Nee. So, wir machen jetzt alle mal auf 61. So. Dann gucken wir mal, was die selber noch verlieren können. Und dann gehen wir die Items. Also du kriegst auf jeden Fall mal die Überreste. Die ich nicht mehr habe, weil wir die jetzt von dir einmal moven und zwar hier rüber. So, du kriegst keine Items wegen Akrobatik. 4,25 reichen für 50. Halt wirklich, ne? Also, der eskaliert da schon ziemlich heavy. Du hast Spell Tag und du hast die Leftovers. Das passt. Das heißt... Hier geben wir einmal wahrscheinlich wegen der Return. Anscheinend im Urlaub. Womöglich. Was wollte ich machen? Wo ist hier um Normal Attacken? Wie heißt denn der andere Herb? Nicht Mental Herb? Habe ich den nicht zufällig? Muskelband wäre eine Möglichkeit. Aber nee, wo ist denn hier der Silk Scarf? Da haben wir ihn doch. Normal Types. Und du... ...bekommst einmal... ...Kick Feet, Metal Coat, King's Rock. Brauchst du nicht wirklich? Du bist eh lahm als fuck. Support Belt. Ja, warum nicht? Komm, du kriegst ein E-Belt. Ähm, so. Und jetzt, was kannst du für Moves relearnen? Swagger Hammer and Punch Man, Fling, Scratch Yon. Slack Off. Slack Off finde ich sehr wichtig. Sorry, das ist gerade so lange... Nein, ich will nicht Dings lernen. Und Nori nochmal Dankeschön für 5 Subs. Jetzt wollt ihr aber was beweisen, Guys. Und nochmal einen für... Wann ist das jetzt 6? Nein, 1, 2, 3, 4. Okay, der eine braucht nur ein bisschen. Ey, Dankeschön, Guys. Das war ein Joke mit dem auf 200. Aber wenn es so weitergeht, meine ich das wirklich. Äh, ich möchte Zwecke aber nicht lernen. Ja, so. Hat, glaube ich, jeder, der jemals diesen Stream... Der jemals irgendeinen Stream von mir gesehen hat, hat jetzt, glaube ich, äh, ein Sub bei mir. Alles wird für die gute Laune getan. Muss ich Kacke drauf sein, damit ihr mir Geld gebt? Funktioniert das so? Show up kann der. Und magisches Omelette. Erstmal Bomben-Name. Der kann einfach Show up. Oh, der muss Kaumantlein. Der muss Kaumantlein. Der muss Kaumantlein. Bitte, 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 kann Kaumant. Der kann Kaumant. Ich hab Schaum... Ich verarsch nicht. Oh, bitte, bitte. Was ist Show up auf Deutsch? Ah, Sand sammeln. Oder Sand sammeln. Ja, doch, die Attacke, wo du dich heilst. Das heißt, der Ding hat jetzt einfach einen Heilmove. Da ist... Kaumant. Sondersensor Earth Power. Das ist halt supergeil. Überhaupt genug Leute online für die ganzen Subs? Nee, die werden einfach so... Äh, die werden einfach an Leute gegeben, die irgendwie mal auch teils hier waren. Willkommen zu einem neuen Radical Restream von mir, dem Poké Depri. Wir haben schon so viele Monster verloren. Ich fühl mich so schlecht. Leute, bitte, mundert mich auf. Das wär traurig. Das wär sehr traurig. Seh ich mich schon. Und Igma, nochmal, Dankeschön, dass du Vega auch nochmal eingeschenkt hast. Jetzt sind wir bei 156. Halleluja, guys. Andarius? Nee, Darius ist fertig. Der ist fertig. Der ist fertig. Alle sind fertig, glaub ich. Äh, Rückkehr. Return. Nicht Frustration. Return. Kriegt einmal Foulie noch. Body Slam ist halt nice, aber nee. Äh. Power Up Punch wollen wir ihm noch geben. Scorching Sense. Über Earth Power sagt er. Einfach nur für den Burn. Ja. Seh ich. Power Up Punch. Da wollen wir doch. Returns, Lack of Sucker und Play Rough. Ja komm, ich will den Sucker mal lieber noch behalten. Und jetzt gehen wir nochmal in die Berry Box, weil da haben wir unten irgendwo noch genau die Pomek. Damit der more friendly wird. Psycho-Chinese nicht mehr. Zustände ich kann den Psycho-Chinese noch bringen. Voll vergessen, dass ich davon ja auch die Termen hab. Bring mir mal auch noch gleich. Okay, jetzt hat's gar keinen Effekt mehr. Psychic war... Weil hier war auch Psychic nochmal. Ja. Ich packe jetzt Fouli nach vorne. Mit ganzem Ernst. Erstmal... Sorry. Kick wieder ein bisschen. Ich packe jetzt Fouli nach vorne. So. Und zwar werde ich jetzt ganz ehrlich... Es ist mir so egal. Ich werde keinen Kampf mehr bis... Dings machen. Ich werde jedem Scheiß-Trainer aus dem Weg gehen. Hat mir nie das Fahrrad geholt. Ich hab mir einfach nie das Fahrrad geholt. Ich inkompetente Stück Scheiße. Geil, das ist halt für Bolle-Pummel. Das ist auch geil. Absolut. Shaw-Up. Alleine, dass er Shaw-Up lernen kann, ist halt schon cool. So. Moin, Kev. Was geht ab? Oh, das sind sexy Knopfensers. Ähm. So. Jetzt können wir aber... So. Lassen Sie mich jetzt durch? Dankeschön. Ich bin ein inkompetentes Stück Scheiße. Seht ihr, wie die drei Ping... Hallo, Maxi, by the way. Ich geh da nicht rein. Ich da... Nee. Ich nehm doch wieder den Weg. Ey, sorry. Nee. Seh ich halt mal gar nicht. Seh ich halt gar nicht. Ach Gott, was kann... Nee, stimmt, warte mal. Ich muss die Fähigkeit noch checken. Äh, Rippen. Double-Sperry-Effects. Clotin hat mehr Bullrush. Simple. Ich muss den erst die geben. Ja, simple. Und das Ding hat Lightning Rod. Wir müssen einmal nochmal ganz kurz zurück. Mal kurz gucken, was die für versteckte Fähigkeiten haben. Und dann muss ich einmal ganz kurz... Darius, ich muss den... Wait, warte. Sag mir bitte, der kann Drachentons. Schade. Das wäre strong. Aber wenn er Simple hat, ist die... Dann tut's mir leid, Ice Fang. Aber mit Simple plus 4 gehen, ja. So. Aber wir gucken trotzdem mal, was der überhaupt noch hat. Merciless. So, dann gucken wir mal, was Maxi nochmal hat. Und... Ach stimmt, der hat, glaube ich, nur Schwebe, ne? Ja, stimmt, der hat ja sonst noch Schwebe. Und wir gucken nochmal, was Fowli hat. Ach stimmt, warte mal. Können wir gar nicht ändern. Der hat ja Rippen auch nur. Ach, gleiches Spiel. Merciless. Critical Hits. Poison Foes. Das ist nicht die Fähigkeit von Akustella. Aber ne, dann nehmen wir lieber Simple. Wieso heißt Chatrago Kevin? Weil es einen anderen Kevin hier noch gibt. Wir haben tatsächlich sehr viele Kevins hier im Chat. Und das meine ich jetzt nicht mal negativ. Sondern es sind halt wirklich sehr viele Leute, die Kevin heißen. Ich will einfach nur nach Fuchshania kommen, ohne dass mein ganzes Team wieder stirbt, ne? Oh, Fowli ist vorne. Und da Kevin hat sogar einen Kampf, wenn du knapp überlebt, das ist ne Leistung. Ich speichere lieber mal, by the way. Du kannst aber auch keinen scheiß Kampf überspringen, ne? Oh, der Tank da sogar müsste gefahren. Oh, okay. Hätte ich jetzt einfach nach jedem Kampf hier einmal... Und ich lasse mir einfach nur... Ich will einfach nur mit Return hier durch. Er hat ja einfach Flash. Weg damit. Weg damit. Oh, Melo. Weg damit. Weg damit. Hey, gar kein Bock, ne? Geht mir einfach alle aus dem Weg. Bitte sag mir, dass die mich nicht sehen. Bitte sag mir, dass die mich nicht sehen. Warte mal, wir packen mal unseren Protect Boy nach vorne. Bitte lasst ihr mich nicht sehen. Och, Fick mein Leben. Ich weiß nicht, Kevin tatsächlich nicht. Und wir returnen den Boy. Und den Liquidation den Boy. Ich weiß ja gar nicht, dass ich auch ne Return. Dann returnen wir den Boy. Und den Toxic den Boy. Noch ne Return. Dann returnen wir den Boy. Äh, und wir Liquidation den Boy. Dann Slack offen wir. Und dann protecten wir. Battle Blizzard. Dann Power Punchen will. Und Liquidation auch nochmal oben drauf. Wetterwechsel schaffen. Ja, ich weiß. Wir haben jetzt Desolated Land. Oder ne, halt Sonnenschein. Aber trotzdem. Ich will halt nicht auf E-Thi gehen. So. Return in dein Gesicht. Toxic. Und ne Arm brauchen wir nicht. noch ne Cresselia. Okay. Outrage. Ja, eigentlich schon fast über Nightslash, ne? So. Immer schön heilen. Ich muss ja jeden verkackten, verkackten Kampf mitnehmen, ne? Lütz dich. Ah, du ekelhafter. Und der heilt sich damit einfach fast komplett hoch. Drei hab ich noch. Ich muss ja jeden Kampf mitnehmen. Äh, will mir jemand sagen, was das da unten eventuell... Ich versuch ja nicht Schaden. ...für ne Dings ist, für ne TM. Sollen wir das mit dem Weg nochmal in den Chat schreien? Nicht, dass es dann frustrierend wird. Inwiefern was man im Weg... Und moin, Eddie! Wenn man dir eine Challenge gibt, gilt das auch in-game. Mmmh... Würde ich in der Hinsicht nicht sagen. Weil das war tatsächlich echt ein bisschen kacke, wenn du dann irgendwie so sagst, so von wegen, du musst jetzt jeden Kampf mitnehmen, wenn du mit einem Pokémon bist, mal als Beispiel. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof. So, wir können uns hier auf jeden Fall einen neuen Counter holen. Zwei neue. Erstmal machen wir das aus. Unser erster Encounter, einen Schluck, nehmen wir natürlich Ein Hippo Ganz ehrlich, Hippo finde ich gut Da bin ich zufrieden und wir brauchen gerade echt ein paar neue Encounter Okay, wir haben Baby Hippo Wir haben Happy Hippo Das heißt, wenn ihr Happy Hippo sein wollt Einfach Hashtag Namen in den Chat Währenddessen schenke ich mir das neue zu trinken ein Was, ich sage, ich bin so unendlich müde, will aber stream weitergucken Soll ich auf meinen Körper hören oder soll ich weiterleiden? Du solltest ins Bett gehen, wenn du müde bist, dann geht Gesundheit immer vor Deine eigene Gesundheit geht über alles Das ist immer das Wichtigste, junge Dame Gedraut mal und es hat Vega gewonnen Einmal Vega Und dann werden wir den hier noch machen Wir nehmen den mit, wir nehmen den und wir nehmen den mit Litomid, der ist sweet Den mag ich Äh, und wir werden Max knackeln So, und dann haben wir doch sicher einen Netzball Ja Netball Und wer möchte Litomid sein? Der darf jetzt auch einmal Hashtag Namen in den Chat reinschreiben Kann sein, morgen wäre das schon True By the way, morgen beginnt, äh, Ro einfach auf dem Zweitkanal So wäre das schon gekommen Und die Folgen werden länger sein, tatsächlich Weil ich keine Lust hatte, wieder so viele Parts zu machen Ich könnte schon mal sagen, Ro hat 17 Parts Während, äh, Prisma 33 hatte Alter, zum Beispiel ist aber einfach ein Sweeney, ne? Der ist aber einfach ein Süßer Niva, hattest du nicht schon den Kevin, den wir gerade dabei haben? War es das nicht du? Oder war das jemand anderes? Ich komme durcheinander bei so viel Kevins Wenn ich das mag, ist er jemand anderes Das müsste es, glaube ich, du sein Du musst es doch, äh, doch, doch, stimmt Das bist du, da habe ich doch so einen schlechten Puppespruch gebracht Wenn ich mich recht entsinne, natürlich Wir ziehen mal und es hat Ich habe es vergessen, wie soll ich dich nochmal nennen? Ich weiß nicht, ob du gestorben bist, Kevin Oder Kevin, ich weiß nicht, wer warst denn du nochmal? Nuri war es, ne? Nuri, 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 nicht Nuri Nuri, ne? Vergess es immer wieder Es ist mir eingefallen, bevor du es reingeschrieben hast Ich dachte nicht, dass ich wiedergewinne Du hast ja nicht gewonnen Also, wer kommt zu viel Warum heißt ihr alle Kevin? Da kommt jeder durcheinander Könnt ihr euch nicht umbenennen? Geht zum Einwohnermelderabend und nennt euch um Wobei, da ist es ja nicht einwohnermelderabend Was glaube ich denn so eine Kacke? So Ich muss jeden scheißkampf hier mitnehmen, ne? Das ist doch vielleicht ja nicht Left hier aber Dann alle noch mit den Kahnsteinen, ne? Na hier geht alle einfach Solar Blade Komm Ach Gott Christus Das kann ich noch Jetzt habe ich es nicht Das kann ich nicht mehr heilen Ne, gegen dich will ich So So Gott sei Dank Das kann ich nicht Das hätte böse ausgehen können So Ja Guck weg Guck weg Ja Bruder Guck weg Hier oben nicht Nee Nee Sorry Da will ich gerade nicht durch Na uhu Fassin die reingelaufen So Hier oben ist auf jeden Fall eine Tante Und dann weggucken Koppelkampf Dann gehe ich lieber runter Und hole mir hier nochmal einen Counter Uuuu Haben wir in dem Turn schon Haben wir noch eine Kranma? Haben wir nicht, ne? Wir haben glaube ich Keine Kranma Gleich werden wir alle Kevins gebannt Ich glaube wir haben gerade keine aktuelle Kranma Dementsprechend würde ich es wieder Kranma nennen Wobei Katsu wäre auch ein guter Name Weil Katsu bist du schon benannt Bist du aktuell noch ein lebendes Mon? Das Ding ist halt eine Katze Und wenn ich das jetzt nicht Katsu nennen werde Und wegen sie Polossel Ah Okay, dann nennen wir es Kranma Chalkfart Und Gott sei Dank können die nicht ins Gras gucken Würde mich zervorben Vielleicht kriegen wir noch eine Evoli-Entwicklung Malle König, Dankeschön Für deinen Mitleids-Follow Nachdem du mich hoxiniert hast So, da brauche ich erstmal Stärke Der gibt mir Super-Rod Der PML-Gewinn erfolgt einfach Lustigerweise weiß ich nicht mal, wer Platz 1 ist Ich habe keinen Überblick über die Tabelle, ne? Folge, weil du so süß bist und nicht, weil ich Mitleid habe Du sagst sehr häufig, dass ich süß bin Langsam glaube ich, dass du in mich verliebt bist Ich meine, ich kann es nachvollziehen Ich bin ein Schnuckiputzer, aber trotz Der ist cool Der war glaube ich Bodenfeuer, ne? Möchte jemand das brennende Dodri sein? Das ist Savid-Dodri, by the way Das ist ne, äh, die Regionalform aus Radical Red Das sieht nice aus, ja Das heißt, du könnt Hashtag Namen in den Chat reinschreiben Wenn ihr noch kein aktuell lebendes Mon seid Aber war mir klar, dass die Dokumente nicht geführt werden, ja Hast du kämpft, äh, meinen letzten Kampf gegen Logi gesehen? Der war funny Da habe ich sogar hier einen Malle-König Gegen den haben wir als erstes gekämpft Den habe ich den sogar nachgucken lassen Und es war schon worth Kann sagen, was du willst, Malle-König Es war worth, ne? Schon funny Ich habe mich echt ein bisschen bei Piss vorlachen Chicken Wings gehen da wohl sehr schnell Das Ding ist ein laufendes Chicken Wing Du bist einfach nur unsportlich Das ist wahr Einfach unsportlich Das war absolut Und das Ding ist Eigentlich sollte ich einfach nur aus Disrespect Für den, äh, für den Strike Einstehen, ne? Einfach nur für den Disrespect Guck mal, der Malle-König hat sogar gewonnen Komm da rein und wird direkt so ein, äh So ein brennendes, dreiköpfiges Dodri Äh, wir haben leider kein Öl Ich nenn's Malle-King Wenn das fein ist Aber Malle-König geht nicht, weil wir kein Öl haben Weil es ne englische Rom ist Rotfall Levi Dann benennen wir es gleich um Aber Malle-King ist auch fein Okay, okay Malle-King fein ist Dann lassen wir es bei Malle-King Kann ich jetzt eigentlich wieder heilen? Ja Ja So Wir gehen in die Safari-Zone Und jetzt Vermute ich Dass die umgebaut wurde Ich wollte doch nur Pokémon fangen Ist das ein Boss? Stimmt, das ist ein Boss-Battle Hier kann er gar nicht sterben Oh ja, natürlich macht er bumm Stimmt, der ist ja ein Dings Malle-King Aber ich bin schneller Aber er ist schneller als Gav Also ich bin froh, dass gerade ein Boss-Battle ist Und ich den Tode zählen hier nicht Aber trotzdem so Abfuck You know what Burn Yes Easy Tank me Hat er kein Crit? Oh, what the fuck Ja, you know what, hier, bummstig, oh shit, jetzt bin ich normal type, aber egal, ich bin ja, war wieder ein Ghost type, äh, ja, dann, äh, sind wir halt jetzt einfach wie den Pflanzen type, ne? Ja, dann sind wir jetzt halt wieder einfach ein Ghost type, okay, kam sogar geschafft und wie gesagt, die Tode sind endlich, so ein Peck hat gar keinen Bock mehr, Rock Smash, wir können uns Terrakium holen. Können uns Protein einfach op, Protein ist halt nice, du stellst einfach so einen geilen Tee vor, der einfach den Geschmack bekommt, den er soll, von dem du gerade bist. Das Homepage so armer, auch wieder. True. Absolut true. So, aber jetzt gehen wir erstmal da rein, ich will gucken, ob die Safari-Zone gleich aussieht oder anders. Sieht gleich aus, das sieht doch exakt gleich aus. Das heißt, wir können uns, okay, das heißt, ich brauche, laufe zweimal durch und nehme alles mit. Uh, Drapion wäre mein Encounter. Drapion war mein Encounter. So, dann gehen wir, wie gesagt, zweimal durch, damit wir alles mitkriegen. Und dann haben wir eigentlich die meisten Items, glaube ich, mit. Sunny Day. Expotion. Megastein. Heracross. Ja, gibt Sinn, hier gibt es wahrscheinlich normalerweise, sonst gab es auch. Warte mal, da war noch... Ist das nicht eine Stahlattacke oder sowas? Ist das nicht Stahlflügel? Rising Voltage. Wenn wir irgendwann mit dem Elektro-Feld hätten, wäre es nice. Libornich. Den nehmen wir auch gerne mit. Hab so keinen Bock gleich auf Kogana. Der könnte super nervig werden. Ganz ehrlich, ich werde so eine Cold War Berry noch draufpacken. Steering, da war Steering. Pidgeot. Pidgeotro. Das sieht echt ekelhaft aus, aber okay. Hoppettin. Solar Blade ist das. Dann holen wir uns auch mal einen Surfer. Okay, da muss ich von unten her nochmal kommen. So, einmal den Rest. Kann ich jetzt schon surfen? Ich kann nicht einfach surfen. Shame. Den Flixen können's jetzt lernen, aber... Nee. Ich fass jetzt nach der Arena. Höchstwahrscheinlich. Kann ich dann überhaupt schon Lock Smash einsetzen? Oh, hier gab's nicht mal ein Item. I call X. Kann ich Rock Smash schon einsetzen? Max Revive. Ja, das brauche ich. Expand Force. Expanding Force. Low Pony. Haben wir nicht einen Low Pony? Ich glaube nicht mehr. Sabrinas Ordnung ist das. Okay, das heißt wir können eigentlich an ganz viele Orte gehen, wo es Rock Smash gab. Es gab einmal einen Mondberg, einmal einen Fels-Tunnel. Und irgendwo gab's noch einen. So, ich glaube das meiste haben wir jetzt dann aber. Außer das, da können wir ja noch nicht rein. Stimmt, Vertania war die Aula-Watt. So, ich glaube die Aula-Watt. So, ich glaube das. J surface williej Intens sont trotzdem roof-prenges. So, ich glaube das, da geht der Aula. Und wenn ich es so viele, she kommt mit dem einen Anbelang? Bis zum nächsten Mal.